B2-Tests zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch B2 Test 1, Aufgabe 1 Test 1, Aufgabe 1 Test 1, Aufgabe 1 Sie hören jetzt ein Interview mit Frau Schirmer, der Besitzerin eines Reisebüros, das sich auf Afrika spezialisiert hat. Afrika Aktuell, das Online-Tourismus-Magazin für Südostafrika. Frauke Schirmer ist Inhaberin von Impala Tours und Namibia-Expertin. Afrika Aktuell stellt Ihnen jetzt Frauke Schirmer von Impala Tours vor. Namibia gehört, so wie wir Sie kennengelernt haben, ja zu Ihren absoluten Lieblingsländern. Ja, mit Sicherheit. Ich bin fasziniert von der Weite und Schönheit des Landes. Dabei ist es abwechslungsreich und Land und Leute sind von einer rauen Herzlichkeit, die ich sehr schätze. Klar, dass ich selbst regelmäßig in Namibia unterwegs bin und dadurch reichlich gute Kontakte und Angebote habe. Vor allem im Bereich Mietwagenreisen, auch für kleinere Reisebudgets. Aber auch im Luxussegment mit zum Beispiel tollen Fly-In-Safaris. Klein, aber fein. So könnte man Ihr Unternehmen Impala Tours beschreiben. Sie müssen sich gegen viele größere Mitbewerber behaupten, gerade was das südliche Afrika betrifft. Was also ist Ihre spezielle Note? Bevor ich Impala Tours gründete, habe ich mehrere Jahre in Südafrika gelebt und dort auch die Schule besucht. Mein Interesse für die einzigartigen Landschaften wurden schon sehr zeitig geweckt, weil ich zugegebenermaßen in einer sehr reiselustigen Familie aufgewachsen bin. Dabei standen zwei Dinge immer im Mittelpunkt. Wir wollten uns abseits der Touristenpfade bewegen, um möglichst viel von der Urwüchsigkeit und Schönheit des südlichen Afrikas genießen zu können und jede Reise hatte irgendwie ihren eigenen Charakter oder, anders ausgedrückt, ihre unverwechselbaren Höhepunkte. Diese Philosophie habe ich mir bis heute bewahrt. Gehören Länder in Afrika heute nicht zu den relativ teuren Urlaubsländern? Da muss ich Ihnen zunächst widersprechen. Das südliche Afrika ist generell derzeit eher preiswert. Es stimmt aber auch, dass manche Angebote recht teuer sind. Wer Afrika luxuriös erleben möchte, etwa romantische Nächte im Buschcamp, individuelle Safaris in kleinen Gruppen in unmittelbarer Nähe der Tiere oder exquisite Küche von internationalem Standard mitten in der Wildnis, der bucht möglicherweise ein Luxuscamp. Das hat seinen Preis natürlich. Aber wer einmal beim Sonnenuntergang vielleicht mit einem Gin Tonic vor seinem Zelt saß und dabei vorbeiziehende Büffel und Giraffen erleben konnte, der wird diesen Anblick sein Lebtag nicht vergessen. Glauben Sie mir. Und wenn die Reisekasse weniger üppig ausgestattet ist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Afrika zu erleben. Preiswert reisen bedeutet aber für mich nicht, auf Individualität zu verzichten. In Südafrika zum Beispiel haben sich zahlreiche Gästehäuser etabliert. Küche und Unterbringung sind auf außerordentlich hohem Niveau und die Gastgeber haben geradezu einen Riesenspaß daran, ihren Gästen Tipps und Ratschläge zu geben. In Namibia, um ein weiteres Beispiel zu geben, sind viele Gästefarmen oder Jagdfarmen darauf spezialisiert, nicht nur Reisende komfortabel zu beherbergen, sondern ihnen auch in Ausflügen der Tier- und Pflanzenwelt näher zu bringen. Kein Mensch kennt sich dort in dieser trockenen, aber grandiosen Landschaft besser aus, als die Einheimischen. Warum also nicht von ihrem Wissen und ihren Geschichten profitieren? Wie setzen Sie Ihre Erfahrungen um? Im Mittelpunkt meiner Bemühungen steht die Beratung. Zunächst einmal erforsche ich, am besten in einem persönlichen Gespräch, welche Wünsche und Vorstellungen die Kunden von der Reise haben. Nicht jeder Mensch hat ein Interesse am Busch. Manche suchen eher den Kontakt mit Kunst und Kultur, andere fühlen sich in einer Gruppe wohl und bei anderen wiederum spüre ich sehr schnell, dass eine individuelle Reiseplanung mit Mietwagen oder Camper die beste Alternative ist. Dann schauen wir, ob die Kosten dafür im Rahmen liegen. Wenn nicht, dann entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, aber immer so, dass den Wünschen der Kunden weitgehend entsprochen werden kann. Das ist es, was ich meine. Die Reise für den Kunden so zu gestalten, dass die von ihm ersehnte Traumreise Wirklichkeit wird und er möglichst viel an Entspannung, neuen Erfahrungen und Eindrücken mit nach Hause nimmt. Also keine Reiseplanung quasi von der Stange? Keine fertigen Reisen als Massenware? Ich finde, davon gibt es genug. Ich möchte mehr. Südafrika, Namibia oder Botswana sind Länder, deren wahrer Charakter in einer maßgeschneiderten, individuell gestalteten Reise am besten zur Geltung kommt. Haben Sie etwa Lust, die Beobachtung der Wale am Kap abzubrechen, bloß weil der Bus zur nächsten Etappe hupt? Oder in anonymen, genormten Hotels zu nächtigen, die Sie auch überall in der Welt finden können? Meiner Meinung nach sollte ein wunderschöner Tag voll neuer Eindrücke in Gästehäusern oder Farmen mit individueller Atmosphäre abgerundet werden. Viele dieser besonderen Unterkünfte im südlichen Afrika kenne ich persönlich und kann so die unterschiedlichsten Häuser empfehlen. Aber ist das nicht außerordentlich schwierig, jedes Reiseprogramm individuell auf die jeweilige Person oder Gruppe auszurichten? Das ist manchmal sehr aufwendig, aber darin liegt auch der Reiz. Ich liebe diese Länder und ihre Menschen. Ich schätze die Natur Afrikas und bewundere die ethnische Vielfalt dieser Region. Diese Begeisterung versuche ich in jedem Gespräch weiterzugeben. Und ich glaube, das gelingt mir gut. Die meisten meiner Kunden kommen wieder, nicht weil sie die gleiche Reise noch einmal machen wollen, sondern eine andere, mit ganz unterschiedlicher Routenführung und Höhepunkten. Einfach anders. Und wissen Sie warum? Weil sie neugierig geworden sind und weil sie vielleicht etwas von dem Virus eingefangen haben, der die meisten Menschen befällt, wenn sie aus dem südlichen Afrika wieder nach Hause kommen. Sie hören jetzt ein Interview mit Frau Schirmer, der Besitzerin eines Reisebüros, das sich auf Afrika spezialisiert hat. Afrika Aktuell, das Online-Tourismus-Magazin für Südostafrika. Frauke Schirmer ist Inhaberin von Impala Tours und Namibia-Expertin. Afrika Aktuell stellt Ihnen jetzt Frauke Schirmer von Impala Tours vor. Namibia gehört, so wie wir sie kennengelernt haben, ja zu ihren absoluten Lieblingsländern. Ja, mit Sicherheit. Ich bin fasziniert von der Weite und Schönheit des Landes. Dabei ist es abwechslungsreich und Land und Leute sind von einer rauen Herzlichkeit, die ich sehr schätze. Klar, dass ich selbst regelmäßig in Namibia unterwegs bin und dadurch reichlich gute Kontakte und Angebote habe. Vor allem im Bereich Mietwagenreisen, auch für kleinere Reisebudgets. Aber auch im Luxussegment mit zum Beispiel tollen Fly-In-Safaris. Klein, aber fein. So könnte man Ihr Unternehmen Impala Tours beschreiben. Sie müssen sich gegen viele größere Mitbewerber behaupten, gerade was das südliche Afrika betrifft. Was also ist Ihre spezielle Note? Bevor ich Impala Tours gründete, habe ich mehrere Jahre in Südafrika gelebt und dort auch die Schule besucht. Mein Interesse für die einzigartigen Landschaften wurden schon sehr zeitig geweckt, weil ich zugegebenermaßen in einer sehr reiselustigen Familie aufgewachsen bin. Dabei standen zwei Dinge immer im Mittelpunkt. Wir wollten uns abseits der Touristenpfade bewegen, um möglichst viel von der Urwüchsigkeit und Schönheit des südlichen Afrikas genießen zu können und jede Reise hatte irgendwie ihren eigenen Charakter oder, anders ausgedrückt, ihre unverwechselbaren Höhepunkte. Diese Philosophie habe ich mir bis heute bewahrt. Gehören Länder in Afrika heute nicht zu den relativ teuren Urlaubsländern? Da muss ich Ihnen zunächst widersprechen. Das südliche Afrika ist generell derzeit eher preiswert. Es stimmt aber auch, dass manche Angebote recht teuer sind. Wer Afrika luxuriös erleben möchte, etwa romantische Nächte im Buschcamp, individuelle Safaris in kleinen Gruppen in unmittelbarer Nähe der Tiere oder exquisite Küche von internationalem Standard mitten in der Wildnis, der bucht möglicherweise ein Luxuscamp. Das hat seinen Preis natürlich. Aber wer einmal beim Sonnenuntergang vielleicht mit einem Gin Tonic vor seinem Zelt saß und dabei vorbeiziehende Büffel und Giraffen erleben konnte, der wird diesen Anblick, sein Lebtag nicht vergessen. Glauben Sie mir. Und wenn die Reisekasse weniger üppig ausgestattet ist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Afrika zu erleben. Preiswert reisen bedeutet aber für mich nicht, auf Individualität zu verzichten. In Südafrika zum Beispiel haben sich zahlreiche Gästehäuser etabliert. Küche und Unterbringung sind auf außerordentlich hohem Niveau und die Gastgeber haben geradezu einen Riesenspaß daran, ihren Gästen Tipps und Ratschläge zu geben. In Namibia, um ein weiteres Beispiel zu geben, sind viele Gästefarmen oder Jagdfarmen darauf spezialisiert, nicht nur Reisende komfortabel zu beherbergen, sondern ihnen auch in Ausflügen der Tier- und Pflanzenwelt näher zu bringen. Kein Mensch kennt sich dort in dieser trockenen, aber grandiosen Landschaft besser aus als die Einheimischen. Warum also nicht von ihrem Wissen und ihren Geschichten profitieren? Wie setzen Sie Ihre Erfahrungen um? Im Mittelpunkt meiner Bemühungen steht die Beratung. Zunächst einmal erforsche ich, am besten in einem persönlichen Gespräch, welche Wünsche und Vorstellungen die Kunden von der Reise haben. Nicht jeder Mensch hat ein Interesse am Busch. Manche suchen eher den Kontakt mit Kunst und Kultur, andere fühlen sich in einer Gruppe wohl und bei anderen wiederum spüre ich sehr schnell, dass eine individuelle Reiseplanung mit Mietwagen oder Camper die beste Alternative ist. Dann schauen wir, ob die Kosten dafür im Rahmen liegen. Wenn nicht, dann entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, aber immer so, dass den Wünschen der Kunden weitgehend entsprochen werden kann. Das ist es, was ich meine. Die Reise für den Kunden so zu gestalten, dass die von ihm ersehnte Traumreise Wirklichkeit wird und er möglichst viel an Entspannung, neuen Erfahrungen und Eindrücken mit nach Hause nimmt. Also keine Reiseplanung quasi von der Stange? Keine fertigen Reisen als Massenware? Ich finde, davon gibt es genug. Ich möchte mehr. Südafrika, Namibia oder Botswana sind Länder, deren wahrer Charakter in einer maßgeschneiderten, individuell gestalteten Reise am besten zur Geltung kommt. Haben Sie etwa Lust, die Beobachtung der Wale am Kap abzubrechen, bloß weil der Bus zur nächsten Etappe hubt? Oder in anonymen, genormten Hotels zunächtigen, die Sie auch überall in der Welt finden können? Meiner Meinung nach sollte ein wunderschöner Tag voll neuer Eindrücke in Gästehäusern oder Farmen mit individueller Atmosphäre abgerundet werden. Viele dieser besonderen Unterkünfte im südlichen Afrika kenne ich persönlich und kann so die unterschiedlichsten Häuser empfehlen. Aber ist das nicht außerordentlich schwierig, jedes Reiseprogramm individuell auf die jeweilige Person oder Gruppe auszurichten? Das ist manchmal sehr aufwendig. Aber darin liegt auch der Reiz. Ich liebe diese Länder und ihre Menschen. Ich schätze die Natur Afrikas und bewundere die ethnische Vielfalt dieser Region. Diese Begeisterung versuche ich in jedem Gespräch weiterzugeben. Und ich glaube, das gelingt mir gut. Die meisten meiner Kunden kommen wieder, nicht weil sie die gleiche Reise noch einmal machen wollen, sondern eine andere, mit ganz unterschiedlicher Routenführung und Höhepunkten. Einfach anders. Und wissen Sie warum? Weil sie neugierig geworden sind und weil sie vielleicht etwas von dem Virus eingefangen haben, der die meisten Menschen befällt, wenn sie aus dem südlichen Afrika wieder nach Hause kommen. und das ist ein sehr, was sie zu verhindern. Vielen Dank. Vielen Dank.